Volle Eimer sind einfach was Schönes. Die haben was, so was Wässriges. So, dieses Mal hier rüber laufen, so. Und nicht dem Rechtsdrall folgen und weiter rechts laufen. Das ist schon schlimm. So. So, dann muss ich hier durch. So, dann haben wir das. Dann mache ich hier das Glas kaputt. Dann muss ich hier die Steine kaputt machen. Und dann kann ich hier das Wasser setzen. Wunderschönes Wasser. Wunderschönes Wasser ist immer schön. So. Dann kommt hier gelb wieder rein. Aber nur ein Block. So. Passt doch, rieselt hier auch runter. Und dann hier rüber noch. Oder mache ich da noch runter? Muss ich fast von oben mal angucken. Äh, von unten, nicht von oben angucken. Ja, das hat schon was. Mit dem Wasserfällchen. Ne, hier mache ich kein runter. Nö. Nö, ist doof. So passt es schon. Auf einmal, wenn man Lust und Laune hat, dann kann man auch mal hochschwimmen. Höhe. Bin ich aber zu blöd für. Also ich hier hochschwimme. Höhe. Nur, dass das hier nichts bringt, dass ich reinkäme. Deswegen schwimmen wir hier auch wieder runter. Plupp. Passt doch. Alles klärchen. So, dann haben wir das verschönert. Den Weghammer, den Poolhammer, den Poolboyhammer. Sagen wir mal so. Und dann brauche ich nochmal meine Schere. Die habe ich. Und ich brauche noch ein paar Teichrosen. Ich hätte letztes Mal doch ein paar mehr mitnehmen sollen. Dann hätte ich hier in Ruhe. Hier dehnt sich halt gerade alles im Raum aus. Hier knackst alles. Das ist ja voll komisch. Wie, dass es hier spukt. Oh mein Gott. Es spukt. Uh. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Was drehst du dich immer so weg? So, äh, Smarag gegen fünf Äpfel. Nee, kannst du mal voll abessen. Und was hast du? Gegen vier Brot. Ja, ihr Jungs seid nicht unbedingt die Gesprächigsten, hä? Ihr versteht mich nicht, oder? Nö. Oder? Kein einziges Wort. So dämlich, wie ihr guckt. Na nicht mehr normal hier. Hallo. Sagt auch mal was. Ich will hier nicht allein auf dieser scheiß Welt sein. Sag doch was. Rede mit mir. Dann halt nicht. Leck mich am Arsch. Schlimm. Ist man nicht allein hier in diesen Welten? Dann solche unfreundlichen, ungesprächigen Menschen. Das ist ja total blöd. Aber total. So. Ich brauche Teichrosen. So. Eine, zwei. Da brauche ich, glaube ich, schon ein paar mehr. Oh, da ist ein schöner Batzen. Da wollte meine Leertaste nicht mehr. Blub. So. Die ist halt auch schon ein bisschen lidiert. Von dem ganzen Minecraft. Geh hopse. Block rauf, Block runter, Block rauf, Block runter. Tut halt so eine Leertaste auch nicht gut. Und ich will auch nicht in so einer Leertaste, äh, in der Haut einer Leertaste stecken. Ja. 14 Blätter. Brauche ich ein paar mehr? Ja. Ein paar mehr wäre vielleicht nicht so verkehrt. So. Ich mache 20 Stück. Ist eine schöne Anzahl. Breiten sich die eigentlich auch aus? Ah, ich habe schon 20. Perfekter. Oh, Lehm. Könnte ich mitnehmen, wenn ich wollte. Will ich aber nicht. Die, äh, das lasse ich mal schön liegen. Man muss ja nicht alles aufsammeln, was man hier am Boden findet. Kies. Wasser. Mal hier alles abschwimmen. Nö, nichts Interessantes. Aber rein gar nichts Interessantes. Naja, hilft ja nicht. Man kann ja nicht jedes Mal irgendwas Schönes entdecken. Bäume. So viele Bäume. Man sieht ja den, äh, den Wald nicht vor lauter Bäumen. Was ist schlimm hier? So. Hierüber könnte man auch mal erweitern. Irgendwann mal. Mal gucken. Wenn überhaupt. Trampel meine Felder nicht kaputt. Geh runter. Runter. Ich verstehe mich immer noch nicht. Niemals Zeichensprache. Ich verstehe nur eins. Kloppe. Kloppe verstehen sie, hä? Mit der Schere durch den Hinterkopf. Das macht Spaß. Das macht Freude. Das macht mich so aggressiv, wenn die nicht mit mir reden. Das ist ja schlimm. Oh, ist schon Zähne. Da dürfte ich meine Stimme senken. Nicht, dass ich irgendjemanden im Haus wecke. Da muss man Zimmerlautstärke einhalten. Jetzt wird es drauf rauslaufen, dass 20 nicht reichen werden. Weil ich die total hier verbrate. Hier ein. Ah, hier noch eine. Da bin ich total frei im Setzen. So, da noch. Da drüben. Ah, hier noch eine. Ah, acht Stück haben wir noch. Da können wir ja noch ein bisschen. So, hier noch eine rein. Fünf Stück noch. Ist ja geil. So. Und hier noch eine. So. Es sieht schon viel lebendiger aus, die ganze Wasser. Stimmt, oder? So. So. Schön hier. Scheiß, die Wandern ist da schön hier. Schöne Welt. Ja. Schön ist die Welt. Weil ich sie mache, wie sie mir gefällt. So. Und jetzt modifizieren wir unser Bauernhäuschen. Müssen wir vielleicht noch irgendwie anbauen. Mal wieder eins in der Nähe ist, wenn ich wieder nicht schlafen kann. Aber jetzt gehe ich erst mal pennen. Leg aber die Eimer weg und das ganze unnützige Raffel. So. Eimer. So. Eimer, 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 Eimer. Ach, die kann man stapeln. Seit wann denn das? Das ist wohl auch wieder an mir vorbeigegangen. Enderperle. Enderperle. Schwarzpulver. Schön. Jetzt gehen wir mal schleiern, äh, schleiern, schlafen ins Heierbettchen. Das war wirklich eine Kommentation der beiden Wörtern. Schlafen gehen und Heierbettchen. Schleiern. Oder in die Heier und schlafen gehen. Schleiern. Naja. Ach so, der Block ist ganz um. Am Bahn, äh, da müssen wir jetzt echt mal modifizieren. Das geht ja mal voll nicht. Wie das hier aussieht. Hm. Bin ich gerade am überlegen, was ich hier alles mache. Ja, als erstes mal machen wir die Stempen richtig. Habe ich eine Axt. Nein, ein Schwert. Aber das brauchen wir auch noch. Ja, Axt. So. Eisenaxt. Ach ja, wir haben Level 37. Können wir ein Schwert mal wieder verbessern. So, erstmal was essen. Haben wir ja schon lang nicht mehr. Schwert genommen. Spruch 13. Ach, jetzt geht nicht mehr. So, Bann. Was, Bann. Rückstoß 1. Cool. Coole Sache, du. Macht da direkt Spaß hier. So. Wir haben noch Erde, die wir brauchen. Wir brauchen Erde. Erde. Mit Erde. Gehen wir mal wieder aufwärts. Pam. So. Dann bessert man erstmal die Stämme hier zwischendurch aus. Also die mittelstämmischen. Dann ist es schon mal richtig. Dann kommen wir hier schon mal besser voran. So. Dann sehen wir hier schon Fortschritte. Sagen wir mal so. Wenn wir jetzt direkt ein Anliegen, dass ich das hier neu mache. So. Genau. So muss das ausgucken. Gut, dass mir schon wieder ein paar Holzblöcke hier runtergefallen sind. Dann macht es ja direkt Spaß hier schon wieder. So. Vielleicht komme ich ja... Ja, ich komme auf meine Holzkiste hin. Ist ja geil. So. Falls mir ein paar mehr runterfallen. Aber die sammelt man natürlich alle wieder ein. Holz ist ja bei uns ein sehr wichtiger Rohstoff. Sehr, 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 sehr wichtig. Was wir hier schon alles aus Holz gebaut haben. Und so wenig aus Cobblestone. Aber hier hochkommen tue ich auch nicht. So. Aber jetzt hier. So. Diese Reihe. Schön weggemernen. Wir müssen natürlich Gebäude schön machen. Schön für alle. Dass wir hier zufrieden sind. Mit diesem Gebäude. So. Das wird aber auch schon wieder so ziemlich meine letzte Tätigkeit werden heute. Aber doch schon ein bisschen was aufgenommen. Man will es ja nicht glauben. Wie schnell die Zeit immer vergeht, wenn man ein bisschen Minecraft spielt und wirklich Bock dazu bekommen hat. Muss ich auch fast dazu sagen. Ich habe es bekommen. Weil heute Mittag habe ich mir gedacht, ich muss Minecraft aufnehmen. Irgendwie habe ich keine Lust. Na ja. Jetzt schon. Das ist gut. Das freut mich. Da kann man gleich mit mehr Elan arbeiten. Bisschen spritziger. Bisschen fröhlicher. Das macht das Ganze natürlich mehr Spaß. Am besten gefällt mir immer noch die Kaschemme, die wir immer gebaut haben. Faszinierend. Na ja. Gut, da habe ich mir auch Mühe gegeben. Da habe ich vor Euphorie gesprudelt. Da war ich förmlich schwipp-schwapp. Alter. Muss ich jetzt den wieder weghämmern. Und muss den von hier heran kleistern. Tatsache. Also einfacher ist es nicht unbedingt. So. Aber man kann damit klarkommen. Das ist schon mal schön. Ah, es sieht schon besser aus. Jetzt falle ich hier gleich runter. Ich kenne mich doch. Ach ne. Scheiße. Der muss ja anders. Der muss ja so. Der muss ja so dran sein. So. Dann sieht das auch anständig aus. Dann sind wir symmetrisch. Symmetrie. Ein schönes Wort. Neuun. Schon wieder Verkehr gebaut. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die ganze Sache. Oh, mir fällt gerade noch mehr ein, was ich umändern muss. Oh, Mann. Oh, Mann. Au, Buggy. Ist ja schon immer schlimm. Schlimm hier. Mir fällt gerade ein, dass ich... ...auf dem... ...Goldgräberhäuschen. Ein paar erinnern sich, welches das ist. Aber da muss ich ja auch noch ran. Weil ich ja jetzt mein Dach anders bauen kann. Das ist schön. Finde ich toll. Bin ich gespannt, ob das auch anständig wird dann. Ja, das war so klar, dass ich hier runterfall. So, dann müssen wir halt wieder hoch hier. So, bin ich mir aber nicht sicher, ob ich es in der Aufnahme noch mache oder nicht. Muaah.